Hallo meine Lieben, ja schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden heute die Karten befragen. Wie ist die aktuelle Situation mit deinem Gegenüber? Was sind da mögliche Blockaden? Da schauen wir jetzt zuallererst in das Tarot rein. Schau bitte immer, ob du in Resonanz damit gehst, denn das ist eine allgemeine Legung. Okay, wir schauen uns mal die allgemeine Situation an. Wir haben hier die Mäßigkeit, die drei der Schwerter und noch eine Karte. Und wir haben das Ass der Kelche und dazu werde ich auch jeweils eine Renommor-Karte ziehen zur Klärung. Also auch die Mäßigkeit, eine Klärungskarte. Was haben wir hier? Ja, hier geht es tatsächlich um eine Entscheidung. Es muss eine Entscheidung getroffen werden, weil hier tatsächlich irgendetwas passiert sein muss zwischen euch, was zu einem Konflikt geführt hat. Lass uns doch nochmal die drei der Schwerter abklären. Und hier haben wir das Buch. Okay, und die Wolken. Tatsächlich ist das so, dass ich wahrnehme, dass bei deinem Gegenüber tatsächlich mehr Schmerz vorhanden ist, als wie du zur Zeit wahrnimmst. Vielleicht zeigt er das nicht. Vielleicht zeigt er, dass er der Coole ist nach außen, dass er viel Spaß hat. Vielleicht postet er auf Social Medias Bilder, wo er glücklich aussieht. Aber so sieht es ganz und gar nicht in diesem Menschen aus. Er hält das sehr verschlossen in sich, diesen Schmerz, lenkt sich vielleicht auch im Außen ab oder versucht auch wirklich eine Maske zu tragen, um das nicht wirklich preiszugeben im Außen. Was man hier eben auch sieht, ist, dass hier die Kelche, also das Ast der Kelche gefallen ist. Und darauf haben wir allerdings auch den Berg und die schnellen Nachrichten. Und da möchte ich jetzt auch auf den Berg, weil das steht hier für ein Hindernis, für eine Komplikation. Und zwar, ich nehme wahr, dass dieser Mensch sehr, sehr viele Gefühle für dich hegt. Ja, aber zur Zeit diese schnelle Fortbewegung oder Aufwärtsbewegung noch blockiert ist. Also da steht wirklich noch so eine dicke Mauer dazwischen. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, du ahnst es gar nicht, dass es diesen Menschen sehr schlecht geht, weil er vielleicht etwas ganz anderes nach außen hin präsentiert. Ja, und er gerade auch wirklich dabei ist, wie sagt man, irgendwie seinen Lebenssinn auch zu finden. So langfristig einfach auch. Wir haben hier die Wege auf die Mäßigkeit. Jetzt lass uns mal schauen, was auf den Berg fällt als Lärmungskarte. Wir haben die Herrscherin. Und auf die Herrscherin bitte nochmal eine Karte. Die Zehn der Münzen. Also in dieser Kombination muss ich ganz ehrlich sagen, ist er dem noch nicht gewachsen. Und zwar, ja, du liegst hier als Herrscherin. Und die Herrscherin ist eine Person, zu der man auch mal ganz gerne hinaufschaut. Ja, die einfach so wirklich dieses Allround-Programm mit sich bringt. Einer perfekten Partnerin, eines perfekten Partners, mit der man auch Pferde stehlen kann und auch diese Fülle lieben kann. Aber irgendwie scheint es so zu sein, dass das für ihn auch gleichzeitig dieses Hindernis ist. Wir haben ja hier schon dieses gebrochene Herz, was er versucht auch nicht nach außen zu zeigen. Es kann auch wirklich sein, dass dieses gebrochene Herz aus alten Kindheitsthemen besteht. Ja, dass da so ein gewisser Selbstwertmangel auch so herrscht, dass er eben das Gefühl hat, dem hier nicht gewachsen zu sein. Und das auch eben so irgendwie auch sabotiert. Das kommt mir so vor bei diesen Menschen, dass er wirklich so eine riesengroße, fette Mauer um das Herz gebaut hat. Und noch gar nicht gelernt hat, sich verletzbar zu zeigen oder wirklich auch so zu zeigen, wie er fühlt. Ja, und genau das ist hier eben auch dieses Hindernis, dass es eben noch nicht in diese Aufwärtsbewegung gehen kann, jetzt noch nicht. Lass uns mal schauen, wer du für diesen Menschen bist. Wie sieht er dich denn noch? Wir haben ja schon gesehen, die Herrscherin. Wir haben hier den Gehengten. Wer bist du für diesen Menschen noch? Die vier der Münzen. Und die sechs der Kälte. So, und die klären wir natürlich dann auch nochmal ab mit dem Lenormand, damit wir ihn hier reinschauen können auf die Gehengten. Wir haben hier den Mond auf die vier der Münzen. Da haben wir den Mann. Und auf die sechs der Kälte. Und ich sehe auch gerade an der Unterseite die Sonne. Ja, also es ist so, ja, dieser Mensch, wir haben ja gefragt, wer bist du für ihn? Und dieser Mensch, auch wenn er es vielleicht jetzt gerade nach außen hin nicht wirklich zeigt, hält sehr an dir fest, ja. Und er schaut eben auch tatsächlich dahin, es kann wirklich sein, entweder ihr habt gemeinsame Kinder, ja, oder aber er hegt den Wunsch langfristig, mit dir eine Familie zu starten. Aber er schaut eben auch auf den Neuanfang, ja, du bist für ihn, wir haben ja auch schon eben gesehen, eine Herrscherin, mit der man diese Fülle sich vorstellen kann und eben auch den Neuanfang sich wünscht und einfach auch so diese Leichtigkeit sich herbei wünscht. Auf der anderen Seite bist du für ihn auch ein verstecktes Buch, sagen wir es mal, oder sagen wir mal, du bist auch nicht immer ein offenes Buch für diesen Menschen, ja. Und das macht ihn manchmal auch so von dem Gefühl her so, dass er dich auch manchmal nicht ganz gut einschätzen kann und deshalb auch sehr verunsichert ist. Das kriege ich hier rein, ja. Gerade auch wenn so ein Mensch eben diese Mauer um das Herz gebaut hat, lässt sich natürlich auch so ein Mensch leicht verunsichern, auch wenn es nach außen hin gar nicht so wirken mag, ne. Also du bist auch jemand für diesen Menschen, der nicht immer ganz offen zu lesen ist, ja. Also auch, er kann dich auch nicht immer ganz gut einschätzen. Jetzt, jetzt lass uns mal schauen, was er denn plant, weil wir sehen ja noch die Blockade. Lass uns mal schauen, was da die nächsten Schritte sind. Wir haben den Ritter der Schwerter. Was ist da geplant? Wir haben den Ritter der Kelche. Also wir haben schon zwei Ritter. Ups, das waren zu viele. Ich mische die noch mal. Das waren, ups, sechs Karten. Die mischen wir noch mal richtig durch. Okay, hier haben wir noch drei Karten. Die Königin der Münzen, die Zehn der Münzen und die Neun der Schwerter. Ja, sehr interessante Karten. Okay, da würde ich tatsächlich gerne, weil ich sehe hier zwei Ritter. Und die Ritter, die stehen ja auch als Überbringer da, ne. Das heißt, wir haben ja auch gefragt, was sind die möglichen nächsten Schritte. Und natürlich wird es hier eine Kontaktaufnahme geben, ja. Ich bekomme hier rein, das ist ein Mensch, wenn er das Gefühl hat, dass du weit entfernt bist. Dass er sich hier ganz schnell wieder auf den Weg zu dir macht und sich öffnen kann. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses Geöffnete nicht immer langfristig ist. Dass er sich dann quasi aus seinem Schneckenhaus bewegt, aber dann auch wieder dazu tendiert, sich wieder zurückzuziehen. Genau. Lass uns mal schauen, noch eine Klärungskarte. Vor allem auf die Neun der Schwerter würde ich gerne noch eine Karte nehmen. Okay, wir haben hier nämlich die Komplikationen. Und da möchte ich gerne mal wissen, was hier die Schlange bedeutet. Die Kraft und noch eine Karte. Oh, okay, das sind schon mal an sich gute Karten, weil, also auch wenn es hier ein längerer Weg ist, ja. Die Schlange steht hier auch wirklich für einen längeren Weg und Transformation. Die alte Haut muss erst mal abgetragen werden. Das kann natürlich etwas länger dauern, weil wir sehen ja hier auch den Berg. Dennoch habe ich das Gefühl, dass langfristig hier dieser Mensch in seine Stärke kommt, weil die Sehnsucht nach einem Neuanfang sehr hoch ist, ja. Und ihn auch diese Gedanken hier quälen. Er wird hier sehr viele schlaflose Nächte auch haben, weil ich das Gefühl habe, der Mensch denkt über sich selber nach, dass er selber diese Geschenke des Universums auch irgendwie sabotiert und er dann irgendwann auch die Nase voll hat davon, ja. Ja, genau, und hier haben wir die Königin der Münzen mit den Zehn der Kälchen. Und wir hatten ja auch schon vorhin diese Zehn der Münzen gehabt. Du bist tatsächlich für ihn eine Frau, wo ich das Gefühl habe, dass er erst mal an sich arbeiten muss, um das Gefühl zu haben, dir gewachsen zu sein, ja. Ja, genau, vielleicht ist er auch verunsichert, das bekomme ich hier auch rein, weil er dich auch nicht immer einschätzen kann. Vielleicht ist es bei euch in der Konstellation auch so, dass der eine etwas verschweigt, dann fällt es natürlich dem anderen auch schwer, sich zu öffnen, weil man dann wieder skeptisch ist. Und diese Skepsis, die tut sich dann immer auf den anderen übertragen. Und da gilt es eben auch, diesen Kreislauf zu durchbrechen, ja. Ja, also du kannst hier schon sehen, die nächsten Schritte sind, ja, die Schritte auf dich zuzugehen. Ja, aber ich vermute mal, wenn ich das jetzt hier im Kartenbild sehe, vor allem mit der Schlange, dass hier Vertrauen geschafft werden muss in dieser Verbindung. Das heißt, man trifft sich, würde ich sogar sagen, vom Gefühl her, dass man ab und zu mal Unternehmungen unternimmt und ein paar schöne Momente erlebt, um einfach dieses Vertrauen wieder herzustellen, um einfach auch, sag ich mal, mutiger zu werden, auch gerade dieser Mensch langfristig auch dieses Herz öffnen zu können und sich auch vor allem darauf einlassen zu können, ja. Denn die Tendenz ist hier wirklich da, dass hier dieser Mensch in seine Stärke eben kommt, weil wir sehen ja auch schon hier, dass er so darauf hinschaut, auf diesen Neuanfang mit dir. Aber dazu gehört eben auch, dass dieser Mensch Vertrauen aufbauen muss, ja. Bei dem einen dauert das länger, bei dem anderen weniger lang. Und es kann ja auch für dich gut sein, weil vielleicht sagst du ja auch, du vertraust gerade nicht diesen Menschen. Und ich selber muss jetzt auch erst mal wieder Vertrauen schaffen, ob sich wirklich auch etwas verändert, ja, langfristig, genau. Ja, dann schauen wir noch mal zum Abschluss mit einer Liebesbotschaft. Dann schauen wir mal, da ist eine gefallen. Okay, wir haben hier die sexuelle Vereinigung. Ja, also es kann natürlich Nähe herstellen, ja, aber das musst du immer auch für dich natürlich entscheiden. Das kann jeder nur für sich intuitiv entscheiden, ob es förderlich ist oder eben auch, sag ich mal, sabotierend ist. Ja, dass man da nicht die Gefahr hat, ausgenutzt zu werden. Das ist aber wirklich bei jedem, bei jeder Verbindung anders. Da schaust du einfach auf deine Intuition. Ist es, fühlt sich das jetzt in dem Moment richtig an? Kann es vielleicht sogar uns wieder näher zusammenbringen, um da eben auch Vertrauen zu schaffen, ja, um einen schönen Moment zu schaffen. Aber das muss jeder von euch dann auch selber wissen, genau. Also dann, meine Lieben, dann schaut bitte, ob ihr in Resonanz gegangen seid. Und wenn euch die Legung gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, Kommentar und auch Abo. Und dann macht's gut. Tschüss!